Ich glaube, wir können behaupten, dass wir jetzt bei Action Talk in jeder Sendung sehr fundierten, interessante Hintergründe recherchieren konnten. Ich weiss gar nicht mehr. Ich habe ein Video gesehen von der Sendung mit der Maus, die nicht in jedem Medium zu sehen oder zu hören sind und dann haben wir dieses Projekt gestartet. Da geht so die Sonnenblume dem Sonnengang nach. Und ja, wir waren dann Feuer und Flammen. Das ist natürlich ein tolles Projekt für uns gewesen. Das stimmt gar nicht, wo wir viel Kreativität reinbringen konnten. Die Sonnenblumen gehen nicht mit der Sonne. Sehr gut. Eben, ich erzähle dir kurz unseren Scherz, den wir uns überlegt haben. Wir behaupten jetzt einfach das Plateau von Seuss. Das ist ja schon perfekt. Da bauen die jetzt so grosse Teleskope obendrauf. Und das Ganze wird dann zum Schwergebiet. Okay, ich glaube, das könnten vielleicht sogar Leute abkaufen erstmal. Ja, hoffentlich. Breaking News aus Frankreich. Seuss ist bedroht. Das weltberühmte Sportklettergebiet könnte schon bald nicht mehr so aussehen, wie wir es alle kennen. Wir haben viel gefälscht und ich glaube gut gefälscht. Wir haben eine 3D-Visualisierung in Auftrag gegeben. Mit eben diesen Teleskopen da auf Seuss obendrauf. Und zwar so ein riesen Megateleskop. Wir haben wissenschaftliche Dokumente gefälscht. Es braucht ein Forschungsprogramm, ein Logo. Wir müssen eine Website generieren, dass das Ganze glaubwürdig rüberkommt. Profispartler mit an Bord geholt. Und dann natürlich die Petition, die wir gefälscht haben. Das war also doch einiges an Arbeit. Das müsste irgendwie schon überzeugen. Das Blatter von Seuss wird ab 2030 definitiv nicht mehr so aussehen, wie wir es eben kennen. Azolex, das steht für European Solar Extinction Program. Das Areal soll von einer weitläufigen Sperrzone umgeben werden. Also für mich natürlich mit einigen Erstbegehungen in Seuss und mit meiner Highlight-Route wäre das natürlich der absolute Super-GAU, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil... Super, ich kaufe dir alles ab. Mich hast du schon. Genau, Alex Megos hat mitgemacht und Cedric Lascher an dieser Stelle. Herzlichen Dank den beiden, dass sie mitgemacht haben natürlich. Sie muss, 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 muss. Wenn sie mitgemacht haben, dann muss sie mitgemacht werden. Sie muss, weil sie muss. So und alle, die dir darauf reingefallen sind und bei unserer gefälten Petition auf safe-sees.org unterschrieben haben. Ihr müsst euch nicht ärgern, denn dafür, dass ihr unterschrieben habt, habt ihr jetzt die Chance, ein signiertes Carrots for Power T-Shirt von mir zu gewinnen. Und zu allen Leuten, die unterschrieben haben, verlosen wir dann eben ein signiertes Carrots for Power T-Shirt. Und vielleicht seid ihr ja der Glücklicher oder die Glücklicher. Bis zum nächsten Mal. Bye now.